Juhu, wir sind da. Wo ist hier die Toilette? Ähm, das Dixi-Klo ist hinten links. Hä? Wo links? Na links ist da, wo der Daumen rechts ist. Sicher? Na, ich glaube schon. Glauben tun wir in der Kirche, mein Sternchen. Halt deine Fresse, du Penner, mach dich jetzt so aufs Klo, sonst knallt's. Na gut, tschüssi. Oh, was ist denn los? Schaffst du's nicht alleine? Nee, ganz im Gegenteil. Ich pass nicht ins Dixi-Klo. Hey du Penner, das ist nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Nicht lustig. Nein, nicht lustig. Nee, ach nee, ach Quatsch, überhaupt nicht. Nee, ach was denkst du denn du? Nee, der, 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 der spinnt bloßes. Nee, überhaupt nicht lustig. Wie kommst du nachher auf? Nee, natürlich nicht lustig. Ach komm, wir gehen jetzt ins Teamhotel. Mir wird zu, zu doof.